Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 67.000 US-Dollar und ihr seht schon, seit unserem gestrigen Update-Video hat sich einiges getan. Wir sind ordentlich nach oben hingepumpt, nachdem wir unsere Zielzone, über die wir vorgestern schon gesprochen haben, getroffen haben. Ging es jetzt in der Spitze, wenn wir mal ganz hoch gehen, bis auf knapp 68.000 US-Dollar, wieder 12% nach oben. Mittlerweile etwas geschrumpft, nur noch auf 10,7%. Aber trotzdem, wer gestern das Video noch rechtzeitig geguckt hat, sollte long theoretisch sein oder hoffe ich zumindest, dass die meisten noch long sind, nehmt da auf jeden Fall jetzt 50% raus, denn wir kommen jetzt langsam aber auch sicher auch in unseren Short-Bereich. Wie dieser aussieht, werden wir uns jetzt im heutigen Video ein bisschen genauer anschauen. Wir werden auf jeden Fall auf die Freeroom gucken, wir werden auf die traditionellen Märkte gucken und nochmal auf die Zahlen von gestern etwas genauer blicken. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, natürlich immer vor Free. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr Forex, Krypto und natürlich auch die Stockmärkte traden könnt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung und könnt noch ein bisschen Boni dazu abgreifen. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 67.200 US-Dollar. Wir sehen, wir hatten gestern einen phänomenalen Rebound aus unserer Zielzone, nachdem wir hier in diesem Bereich zwischen 60.000 und 62.000 US-Dollar runtergekommen sind, mit eben dieser Bullish-Divergence, die ich gestern im Video früh noch angesprochen habe, wo ich gesagt habe, okay, Entry jetzt und dann sollten wir nochmal tiefer gehen. Das waren dann diese Zielzonen hier unten, diese blauen Linien. Sind wir nicht mehr runtergekommen, aber egal, wenigstens eine Position, zumindest wer das Video noch rechtzeitig geguckt hat, weil es war wirklich so kurz vor knapp und dann sind wir schon nach oben hingepumpt. Aber gut, wer drin ist, Glückwunsch, wer nicht, es kommen neue Chancen. Und ich glaube auch, dass wir nochmal diese Chance bekommen, auf jeden Fall in den nächsten Stunden oder Tagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben unseren Rebound nach oben hinbekommen, jetzt erstmal 12% nach oben hin, auch der Gesamtmarkt sehr, sehr freundlich. Nachdem dann gestern noch die Fettiziense nicht erhöht hat und es auch keine riesengroßen Neuigkeiten gab, war ja mit abzusehen, hat der Markt dann nochmal ein bisschen nach oben hingeschossen, ein bisschen konsolidiert und jetzt versuchen wir hier hoch Richtung 68.000 bis 69.000 US-Dollar vorzustoßen. Das war ja auch so grob der Plan, wo wir gestern darüber gesprochen haben. Vor allem, dass wir hier oben dann das Golden Pocket mal in dieser Region hier angreifen. Das heißt, hier oben diese Zielzone, die bleibt auch. Da würde ich dann auch nochmal einen kleinen Short probieren, auch wenn wir hier oben schon mehrfach an dieser Zone zwischen 68.000 und 69.000 US-Dollar gescheitert sind. Das heißt, die Liquidität, umso öfter wir, stellt euch das vor wie so eine Wand, umso öfters du gegen eine Wand klatschst, irgendwann bricht diese Mauer zusammen. Und genau das können wir eben auch hier in diesem Bereich eben feststellen, in diesem Golden Pocket. Wir haben es hier mehrfach versucht, wir haben es hier mehrfach versucht und könnten jetzt hier eben diesen dritten und möglicherweise finalen und letzten Move nach oben hin versuchen zu durchbrechen. Deswegen erstmal noch ein bisschen beobachten. Vom RSI her würde ich sagen, okay, würde sehr, sehr gut passen, wenn wir jetzt in den nächsten Stunden hier eben nochmal hochgehen, in eben unseren Zielbereich zwischen 68.000 und 70.000 US-Dollar. Je nachdem, dann hätten wir nämlich auch wieder eine Bearish Divergence und dann wird es ganz klar darauf ankommen, wo wir uns dann festigen. Ob wir hier dann möglicherweise ein Inverse Head & Shoulders bilden, um euch das mal ganz kurz aufzuzeigen, das wäre dann hier diese Musterung, kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn wir uns dann noch das FIP-Level ziehen, von unserem Tief eben bis zu unserem potenziellen Hoch, seht ihr auch, dass es sehr, sehr gut passen würde, dass wir dann hier ins Golden Pocket bei ungefähr 64.200 bis ungefähr 63.000 US-Dollar hier eben nochmal reinkommen, ein Inverse Head & Shoulders bilden. Das heißt, nach unserem Downtrend, den wir hier gebildet haben, würden wir ein Trendumkehrpattern bilden und wir könnten in Richtung neues All-Time-High ziehen. Das wäre so momentan die Variante, die ich mir am besten vorstellen könnte. Das heißt, wir gehen dann hier oben in unserem Zielbereich eben Short. Zumindest die, wo eine Position offen haben. Ihr könnt ja ohne Risiko das machen. Und alle anderen, wie gesagt, muss ich dann noch gucken, ob ich das Signal dann so reinhauen werde. Aber macht momentan am meisten Sinn einfach, wenn eben dann hier diese Bearish Divergence und der Gesamtmarkt möglicherweise auch Richtung Korrektur schielt. Ich meine, wir haben schon wieder Donnerstag. Das heißt, die Märkte sowieso wieder ziemlich auf Reset dann langsam, aber sicher. Und wenn wir uns dann gleich mal die Stockmärkte angucken, seht ihr auch, dass sich da einiges getan hat, auch beim Gold und sowas. Also warten wir mal ab. Das ist erstmal so das Primärszenario, dass wir erstmal weiter steigen. Von hier aus dann eben nochmal eine kleine Korrektur sehen in das Golden Pocket möglicherweise. Und dann entweder hält das Golden Pocket hier oder wir ballern hier komplett nach unten hin. Also das sind die zwei Varianten, die ich jetzt für den heutigen Tag sehe. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber noch rüber zu Ethereum. Hier im Endeffekt das gleiche Spiel, aber hier habe ich ja gestern schon im Video gesagt, bin ich nicht long gegangen, weil ich da gestern keine Eier mehr dazu hatte. Also früh im Video habe ich ja gesagt, okay, wenn ich da wach gewesen wäre, dann wäre ich hier long gegangen. Im Nachhinein wäre es immer besser, da noch long gegangen zu sein. Aber gut, ist so, ich hatte keine Eier dazu. Aber gleiches Szenario wie bei Bitcoin im Endeffekt. Ich warte hier auch noch, dass wir hoch ins Golden Pocket gehen. Das heißt, hier möglicherweise entweder ein tieferes Hoch nochmal bilden. Das heißt, den Trendwechsel endgültig bestätigen und dann wirklich unser Primärszenario, sage ich mal, in Richtung 2500 US-Dollar starten. Gestern gab es noch ein bisschen FUD bei Ethereum, weil anscheinend die USA ein bisschen dagegen ermitteln und ein bisschen als Wertpapier einstufen wollen und sowas. Und dann ist ja auch noch die ganze mit dem Ethereum ETF und sowas. Ja, wisst auf jeden Fall, was da läuft. Auf jeden Fall ist das immer noch so ein bisschen mein Primärszenario, dass wir hier noch Richtung 2500 US-Dollar gehen oder 2400 US-Dollar sogar. Ja, wird sich dann zeigen auf jeden Fall. Für den heutigen Tag rechne ich genauso wie bei Bitcoin, dass wir hier erstmal nochmal eine Erholung sehen. Und dann wird es ganz klar darauf ankommen, auch hier, wie wir uns dann im möglicherweise Golden Pocket hier zwischen, ich sage jetzt mal, 3400 und ungefähr 3300 US-Dollar verhalten. Kriegen wir hier möglicherweise dann auch unser Inverse Head & Shoulders dann, okay, gib ihm irgendwann Richtung All-Time-High. Oder wir gehen dann halt hier wirklich runter in Richtung 2400, 2500. Das sind erstmal so die Szenarien. Ansonsten, wie gesagt, ich bin hier nicht long, ich werde auch hier nicht short gehen, weil dafür ist Bitcoin dann da. Hier werde ich mich jetzt erstmal komplett zurückhalten. Wer da irgendwie doch noch gestern long gegangen ist, nimmt auch 50% raus. 75% würde ich dann hier oben am Golden Pocket rausnehmen. Short-Hedge einfach aufmachen, ihr habt nichts zu verlieren. Und dann seht ihr im Endeffekt, wo die Richtung hingeht. Ansonsten, gehen wir weiter mal rüber zu den traditionellen Märkten, zu Gold. Da bin ich ja gestern nicht mehr short gegangen. Warum, seht ihr selber, weil wir hier einfach komplett impulsiv durchs Golden Pocket durchgegangen sind. Also hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Gold mit einem neuen All-Time-High Richtung 2222 US-Dollar. Also auch hier müssen wir jetzt erstmal die nächsten Stunden abwarten. Auf einem 1-Stunden-Time-Frame seht ihr schon extrem lange dort nach oben hin. Es wäre wünschenswert, diesen noch zu holen. Und so langsam, aber sicher, mache ich mir auch hier ein bisschen so Gedanken. Ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Gold-Spot eingekauft. Ob man vielleicht hier so einen kleinen Teil mal abstoßen sollte. Also bin ich mir noch nicht ganz sicher. Je nachdem, wie lange es jetzt gut geht auf jeden Fall. Für mich aber auch hier langsam, aber sicher Zeit für eine größere Korrektur. Wir sehen schon hier auf Daily-Sicht, wir kämpfen hier unter R4. In den kleineren Time-Frames, Bearish Divergence liegt auch vor. Also ich denke, wir werden hier auf jeden Fall heute im Laufe des Tages noch einen Short machen. Aber wir brauchen noch dieses höhere Hoch. Ich möchte nicht diesen Wig jetzt so unbeabsichtigt hier oben einfach stehen lassen. Also auch hier wird wahrscheinlich im Laufe des Tages heute irgendwas noch kommen. Gehen wir rüber zum Euro. Hier könnte es dann auch jetzt in den nächsten Stunden interessant werden. Ihr seht schon, genau das passiert, was wir darüber gesprochen haben eigentlich. Zinsen gehen hoch, erst so ein kleines Fake-Out und dann eben dieser Pump nach oben hin. Also wir sind jetzt hier im Golden Pocket. Ach nee, warte, ich muss es noch verschieben, bevor ich jetzt hier scheiße labere. Wir sind schon hier am 0786er reingekommen. Wir haben genau die Ineffizienz gelöscht. Gelöscht? Und auch hier rechne ich jetzt dann in den nächsten Stunden damit, dass ich jetzt wahrscheinlich dann erstmal einen Short machen werde. Also auf jeden Fall bis 15.30 Uhr so irgendwo in dieser Art werden wir, denke ich mal, mit dem Short hier starten. Und die XY ist das perfektes Beispiel, was ich eben gesagt habe. Immer diese Fake-Out und immer dieses Hoch und Runder genau zum Fett-Zinsentscheid, obwohl alles eingepeilt ist. Aber gut, warten wir jetzt hier erstmal ab. Dieser lange Docht sollte auf jeden Fall gefüllt werden. Und deswegen macht auch unser Euro gegenüber dem US-Dollar erst einmal dieser Short Sinn für die nächsten Stunden, dass wir hier diese fette Candle nach oben erst einmal nach unten hin dann abverkaufen. Ansonsten, die Stockmärkte haben wir auch darüber gesprochen, haben sich genau jetzt erstmal so verhalten, wie wir darüber gesprochen haben die letzten Tage. Und je nachdem, auf welchen Time-Frame wir eben hier diese Linien verbinden, sehen wir auch, okay, wir befinden uns genau hier an dieser Oberkante von unserem Rising Wedge, beziehungsweise von unserem immer zu spitzenden, ja, Rising Wedge. Also, es wird langsam hier immer enger. Ich denke, heute werden noch ein, zwei Signale auf jeden Fall folgen. Auf jeden Fall Gold, auf jeden Fall Euro, US-Dollar. Wer will, kann da im Endeffekt auch schon Short gehen beim Euro, US-Dollar. Vielleicht mal, wir sind hier in der Daily Supply, wir haben die Ineffizienz gefischt und so und der DXY wird sich früher oder später erholen. Gold, wie gesagt, werde ich noch Bescheid geben. Und beim S&P 500 bin ich gerade auch noch am Überlegen. Also, ihr seht, es könnte heute noch ein spannender Tag werden, auch wenn es news-technisch erst einmal ein bisschen ruhiger ist. Heute, glaube ich, im Laufe des Tages. Ja gut, Erstenträge, Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge und sowas. Der übliche Schwachsinn, der jeden Donnerstag halt kommt. Und morgen, wenn wir uns das mal angucken, eigentlich auch sehr, sehr ruhig. Also, das war es für heute das Update-Video. Ich denke, ihr solltet gut vorbereitet sein für den restlichen Tag. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, ansonsten Telegram-Gruppe join und wir hören uns dann morgen wieder zum Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.